hallo freunde schwarz grüß euch willkommen zu neuen unboxing ich hab mir mal zum knuschbein geholt ihr kennt das bestimmt alle was jetzt kommt ja wir machen es auch mal auf und wenn was ihr dann seht ist wirklich lecker weil die fahrer komme ich nicht drumherum mehr damals eine kleine tüte von zu holen aber ich habe jetzt bei amazon mal geguckt weil ich möchte auch eine größere packung so zu kaufen gibt und nicht erst im großhandel und damals ein freund mir so ein paket geschenkt hat gedacht ja zwei zum preis ich weiß mal was habe ich gezahlt eingeblendet das ist jetzt mal vorsichtig aber 16 17 euro gehen wir rüber zum unboxing so ja ich habe schon angerissen also der war bis hier rüber geklebt da liegt der rest es lustigste an der sache ist ich wollte den nur abziehen und dann habe ich das hier schon offen also wer mir das paket zugeschickt hat du solltest du das sehen solltest die pakete besser verschließen weil das ist ober und das letzte schublade vor allem weil mittlerweile du stellst du was kleines kriegst du ein monster paket also es ist einfach nur ein witz wie da dann einfach die pakete alle versaut werden zu viel papier zu viel karton dann wo sie die preise wenn die kartons also die sind also das ist mittlerweile die haben überhaupt keine ahnung mehr was sie da machen überhaupt damit das gefühl aber jetzt hätte das nicht für euch sondern nur für mich schon meine unterlagen so und da haben wir das auch schon na und könnte das raten was ist besser das ist eine 800 gramm poko baby ja und morgens ist halt lecker ich glaube da steht der fülle nicht drauf wo steht es wohl da ist 800 damit können wir doch mal was anfangen dann können wir noch nicht party machen eine kommt in eine wohnung eine kommt im keller so sieht das aus jawohl so zu dem produkt wurde ja nichts mehr sagen das kennt ihr ja schon deswegen habe ganz normales richtig normales unboxing ja kurz und knackig kurz und fein so muss sein so mit dem karton so ich würde sagen in dem sinne das war für nick nix nix der man sei geschrecken okay ich danke fürs zusehen bis So this is my job.